Neues Video, wie ich hier gerade gesehen habe, von den gutesten Clips. Mrs. Flavel, einfach neue Nelle. Klingt interessant, rein da. Und wenn ich nicht denen vorkomme, dann ist das Video einfach Schmutz. Tatsache vor der Facecam, wird es eh wieder falsch sein? Oder wird sich das mal stimmen? Wir werden es sehen. Bitte sendet mir eure Clips auf die Fütte, Edl Siegberg. Und sehr wichtig, damit ich sicher auch zukünftig, weiss nicht, ob ich in diesem Video drin bin oder nicht, falls nicht, wenn ihr noch mehr möchtet, dass ich in so Videos, in so Best-ofs drin bin, dann gehen da oder Lille Siegberg Twitter und so und senden dem Clips von mir. Clippen in meinen Streams und schicken ihm die Clips. Zähl auf euch. So, und jetzt wirklich rein da. Nur ein Flavel mit Adi. Es wird gekönnt. Ähm, Lidia Plus ist dann auch manchmal auf Insta. Kann ich nicht, nein. Ist nicht? Okay. Ist mir auch noch sympathisch. Du Milo am Freck, oder was? Nicht ein Scherz und leidenschaftlich gerne Insta-Namen sammeln. Oh ja, das ist absolut ein Hobby von mir. Ich finde Leute sympathisch, die keine Insta haben. Ja, ich im Fall auch. Wirklich. Ja, ja. Oh mein Gott. So. Oh, Elie. Das hat jetzt niemand gesehen. Ja, was ist jetzt an dem? Was ist denn an dem so speziell gewesen? Er ist in den Karten reingelaufen. Er kann einfach nicht gerade auslaufen oder schauen, wo er herläuft. Also, geht vielen so. Uh, Memo. Jetzt sieht es nicht mehr aus wie Urin. Jetzt sieht es nicht mehr aus wie Urin, sondern es ist rot und sieht aus wie... Lassen wir weiter. Malo hat das Beste wieder einmal. Am Moment Ends hat die Sachen kaputt gemacht. Hör mal hin. Ich mache jetzt einen Rhyme so geschwind mit dem Kind. Ah, der ist nice. Hör mal hin. Hör mal hin. Ich mache einen Rhyme... Okay. Okay, jetzt kommt er an. Deine Bitch, die ist süss wie Toblerone. Deine Bitch ist bei mir oben ohne. Es ist eine Ü18 Plus Zone. Man darf es nicht sehen, denn sie ist oben ohne. Ja, nicht schlecht. Also, Adi hat schon das Talent, so für witzige Rhymes rauszuhauen. Das müssen wir ihm lassen. Das müssen wir ihm einfach lassen. Ich filme nur mit mir selbst. Okay, was ist deine Idee? Ähm... Aber warum? Jetzt mal ehrlich, warum spricht Monte... Französisch in der Schweiz? Französisch. Französisch. Mara und ich, wir müssen mal so ein Duett machen. Weil, wenn man so schaut... Ähm... Mal schauen, ob ich das finde. Ähm... Ähm... Dann muss... Ähm... Spoiler ich halt. Ah nein, oder... Nein, ich habe das unter dem letzten... Ja... Also, Mara und ich, wir sollten mal ein Duett machen. Bestes Beispiel, warum das so passen, seht ihr jetzt so. Einfach das Beste. Oder? Mara und ich, wir müssen ein Duett machen. Ganz klar. Oder hättet ihr Bock... Ähm... Einfach auf... 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 Ähm... Wie... 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 Aber genau, so fühlen mich auch, ey. Ich habe manchmal... Ey, manchmal, wenn ich Videos aufnehme, dann will ich etwas sagen und dann passiert genau das. Das sehe ich ja auch nicht immer in den Videos. Weil das kann ich schön rauskackten und nicht rein tun. Ach ja... Aber in den Livestream kann man es halt nicht verhindern. Feierer so Zeugs. Jetzt kommt ein Ace. Jetzt kommt ein Ace. Als Ace. Jetzt wird er gerade beim ersten Gegner einfach übelst weggeschnitzt. Nice bunnyhop, Bro. Hundertprozentig. Und tschüss. Ja. Ah, Wann ist Silo. Ey, fa... Kollege, wie viele Sprachen kannst du? Ich spreche. Okay. Ich spreche... Deutsch. Ja, der ist geil. Genau der ist geil geschnitten. Ich spreche Deutsch und tschüss. Der Rest interessiert mich nicht. Das hat er doch schon beim letzten Mal oder vorletzten Mal gebracht. Wieso bringt er das nochmal? In meinem Mund. Ah... Danny... Alles klar, das ist der Abschluss. Das bringt dir das Abschluss-Dings. Scheiss Video, Bro. Ich komme nicht denen vor. Nein, nice Video. Gefällt mir. Ihr seht es jetzt nicht, aber wird geliked. Wird geliked. Tile Storm Rock'n'Roll. Tile Storm Rock'n'Roll. Tile Storm Rock'n'Roll.